Go Hey Au Hallo meine Dame und mein Herr Willkommen zurück zu Swords Magic & Stuff Yo! Im Kauten Modus möchte man schon fast sagen Denn wir sind hier unterwegs Ich geh da mal rein Ja gut, der geht rein Der gute Fuchs Oh oh Ich zwiebel mir mal ein Süppchen hier Und ich hab mir wieder mal eine Gabel für die Süppchen Auch Tonnenweise Gabel Achso, ein Stein kann ich auch kloppen, stimmt Ja, es kriege ich Stein nicht, toll Wir brauchen diese Lava Das ist ja unfassbar Ja Keine Ahnung, wo es die denn wieder gibt Weißt du, wir suchen etwas, aber finden total immer was an Wir finden alles andere A und O Cool, Honig am Boden Danke sehr Das ist aber ein Service hier Autsch, Autsch Autsch A ju, Junge Hey Ähm, ich hab schon Kollegen oben gefunden Nimm mal so zur Info Bin ja gestorben Hab erst jemand kennengelernt Hab mir sehr weit geholfen Wenn wir hier mal folgen können Kannt der was? Nö, nur oben rumstehen Echt? Du kannst bitte mich reden Ja Vernünftig Ein Rät ausmachen Doch, 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 doch Äh, ansonsten komm mal mit, ne? Ähm, ich rede jetzt mal schnell mit Nett Oh dear, oh me Oh, what I'm going to do Hello Oh, please, don't hurt me, goblins Scheiss I'm quite busy right now Tending to rather enormous problem Maybe I can help Hey, hey, hey Perhaps you can Warmer Mann hier You see, I'm an animal Kartenbreak taker By trade The name is not I travel all over Tyravine Checking on rare existing beasts Most recently I've come here To Azura To watch the most exclusive beasts Okay Also, wenn du Geschichtenerzähler werden möchtest Dann rate ich dir Einen Englischkurs Nee, nee Ich gehe lieber zum EU-Parlament I need somebody To bring that egg back to me And I'll trial Ich muss ihm ein Eid Zurückbringen Ein Eid Ein Eid Ein Eid Ein Eid Ein Eid Ergibt mir ein Eid Das ich bringen muss Au, ey Guckst du mit rein Ja, bin doch Oh, hier sehen wir die Insel Irgendwie genau so Ein Eid Ähm Da gibt's ja wirklich nichts Ähm Da gibt's ja wirklich nichts Hallo Sag mal hier Sag mal hier Ja toll Bandage Hast du nichts verpasst Ich hab gar nichts Okay, komm Flieg mal mit mir Kleine Eintagsfliege Ja, und wohin? Hier unten Hier unten Hat's ne Treppe Ja, ne Treppe ist doch Okay Ich komm mit Ähm Ja Ja Oh, ich war hier schon Kann mich erinnern Ich war hier schon Und dann hier nach unten Jo, hier war ich wirklich schon Echt? Jo Lel Da bin ich irgendwie totalen komischen Weg gefunden und war plötzlich hier oben Stimmt, genau hier oben Jo Ach du Scheiße Sind wir hier gelandet? Müssen wir noch weiter nach oben? Keine Ahnung, aber hier ist auf jeden Fall jemand, der... Ralf Ist Ibon, Ivor, coming back? Ist eigentlich Ibon, möchte ich mal so sagen Gute Frage Hast du gefragt, wer sie gebaut und warum? Ich habe nicht Das würde es erklären Ich denke Hier ist noch ein... Ein Recke Ein Guardian Recruit Er lebt in dieser wirklich tallen Tower, wo meine Mutter bräuchte mich in den windlösen woods Ok, ein Typ ist... Shit Also wir... Wir sind jetzt irgendwie... Keine Ahnung wo Hoch oben Ich habe hier auch nichts irgendwie gefunden, was uns... Ja... Nutzen könnte, sag ich mal so Also wir sind jetzt oberhalb vom Wasserfall Wenn ich jetzt hier... Oh, warte mal kurz Wo... also... Kommst du wieder zur Mitte oder wo bist du jetzt rumgeflogen? Siehst du mich nicht? Doch, doch, ich höre dich Siehst du die Lotse, die ich bekämpfe? Ja... Da unten, wo ich jetzt hinschieße, da ist der Wasserfall Jo... Das heißt hier irgendwo müssen wir doch dieses... Kacknest zurückbringen, oder? Oder wo geht's hier lang? Wie jetzt? Hm? Da geht's drunter? Oh, da sehe ich was Oh, hier sehe ich was Ich bin etwas am kloppen Kommen wir mit Moonstone Hier auch noch Mondstein Was macht der? Verkaufen, komm, bringt nichts Vielleicht müssen wir die Menge mir besorgen Till, wo bist du? Äh... ich versuch irgendwie wieder... Ja! Komm mal mit! Jo! Shit Zum Glück wieder auf dem Laden Auf dem richtigen Pfad Wo bist du? Hier! Oben! Auf der Pflanze! Palme! Ah, hallo! Ja, mach... Ne... Ich erkunde jetzt einfach hier mal alles und... Gucken... Ich hab den nächsten schon gesehen Also wenn du willst... Ja, ich hab den nächsten schon gesehen Ja, da oben ist einer, oder? Darüber... Da... Aber ich geh jetzt mal... Hier ist ne Siedlung Stimmt, da waren wir auch schon Ne... Okay... Ich bin aber nicht, äh... Irgendwie angeguckt, oder so Und wenn du euch gew- Ach ja, stimmt In einer Aufnahme ist jetzt... Da sind wir da... Hier stehen geblieben Und dann... Okay... Ne... Geil! Wow! Aber das ist echt geil! Barbons to Barbour Ah... Das kommt... Okay... Arbeit... Er war... Öh... Cool! Was ist das? Ne Gabel, oder was? Und hier ist... Hier ist ein Aussichtsbeton... Äh... Aussichtsbeton... Oh... Hier ist jemand! Myrtle ist hier... Und... Nitto... Ja... Ich hab jetzt mal hier, dass wir vielleicht bei der nächsten Session hier mal starten... Öh... Was ist das? Ah... A bed on a land... I was, äh... Staring to think in a very bone... Ja, egal... Komm... Er... Er macht halt irgendwas... Übrigens, ich bin jetzt auch First Person geswitcht... Nur mal so... Information... Wie? Ja... Äh... Ich bin jetzt nicht mehr eine Third Person, sondern eine First Person Ansicht... Ah, T... Ja... Geswitcht weil, äh... Ja... Ich dachte mir halt... Mal ein bisschen Abwechslung... Ich geh jetzt... Äh... Jetzt sind wir hier, ne? Hier ist ne Leiter... Ja... Da wollte ich gerade hin... Hier... Noch ne Leiter... Oh... Da wird aber... Der Hase in der Pfanne verrückt... Oh... Noch ne Leiter... Hey... Noch weit... Oben... Von dem her... Alles egal... Oh... Oh... Hier ist ein Typ... Hier ist ein Typ mit Pferd... Geht... Pizza... Ist die Pizza... Ich... Schmeckt zu... Oh... So ich habe jetzt... Gerade mal... 100... Über 100... Äh... Nice... Hick... Ahoi... Billgrade... Hick... Landho... Wo bist du denn eigentlich? Bei diesem... Bei diesem... Holzball... Beim Holzball... Ich habe hier ganz viele... Ich habe hier Olga die verkauft... Ich habe hier... Greton... Ich bin in der Taverne... Und ich bin vor der Kirche... Oder was auch immer ist... Ich bin keine Kirche... Aber sieht so aus... Ah du bist da wo die Uhr drauf ist... Genau... Ah du bist da unten... Du meinst da oben... Und die Krabben folgen dir jetzt... Nein... Ich habe sie abgeschossen... Ich... Ich wollte da doch... Als Kompassen nehmen... Ist ja auch jemand... Der Reef... Hier können wir mit allem ein bisschen reden da... Die haben ganz gute Informationen... Für uns... Somewhere safe... Hier... The waters ain't what they used... Okay... Was ist mit meiner Kamera los? Okay... Keine Ahnung... Ich habe ein bisschen laut gesprochen... Und dann hat sich die Kamera fokussiert... Nein... Okay... Komisch... Und hier ist die Musik anders... Geil... Last time... Ich höre keine Musik... Hat doch jetzt langsam... Cold... Back it up... Oh ich kann nicht mal sprechen... Die Zijus... Die Oma... Verkauft hier... Verkauft hier... Have you seen... Black... Black Bros... Ich hab schon Bockwurst gelesen... Bockwurst? Haven't seen him lately... But usually he's up in the... Hull... Can't miss it... It's that ship across the bridge... Hinter dir... Oder wo du bist... Der gibt ne quest... Okay... Ich hab ähm... Oh ma... Du... Dunstan... Mit Dunstan sollte ich reden... Und wer ist das hier? Leti... Ne... Leto... Don't stop me now... I'm just getting started... Oh... Okay... Und wer... Und wie ist der hier? Wie heißt der hier? Der Cold... Der Colden hier... Der gibt dir ne quest... Nur mal so zur information... Der hier... Cold... Your business... Okay ähm... Ich hab den Captain gefunden... Ich weiß nicht... Ob ich dir das schon sagen soll... Ich hab Dunstan gefunden... Der hat mir keine quests gegeben... Ah... Milk for cold... Okay doch... Nobody can live... On a... Just potato... Sure you can... Baked potatoes... Mashed potatoes... Also aus Gestoffen kann man sehr viel machen... Jo... Ich steh neben dir du Depp... Ähm... I can't good... A good meal... Nobody can live in just potatoes... Doch doch... Da gibt's ganz viele Sachen... I need that darned Quadmaster... To let us order more supplies... We sent the gold in ages ago... I'm still nothing... Maybe I could help... Äh... Well... Maybe you could... See I think that... The ancient Quadmasters... Pocketing our bounty... And not ordering our supplies... Glauben es ist scheißegal... Was man da ausweht... Weil ich hab jetzt totales anderes... Und hab die quest trotzdem bekommen... Das ist nicht... Das ist dementsprechend nicht... Ähm... Wie soll ich sagen... Nicht so wie wenn man... Ähm... Irgendwie das... Anklickt bei... Wie bei Assassin's Creed... So was ein gutes Beispiel da... Wo war jetzt äh... Der Chefer hier... Über den wir was übergeben sollen... Ich weiß gar nicht... Ähm... Komm und weg... Wahrscheinlich da ganz oben... Nee... Wo bist du? Hinter dir... Hier lang... Jo... Folg ich... Ich brauch nen Drink... Weird Guy... Das der Kokonatilo? Ähm... I haven't... Weird Guy... Kann man mit dem Verkaufen? Nein... Meinst du jemand... Mit Bl... Blätter Unterhosen? Ja... Vielleicht ist der Multimillionaire... Und fühlt sich einfach so freier... Hier oben... Hätte halt sparen können... Ich weiß gar nicht was es war... Oh Jo... 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 Okay... Willi... A Pirate Lie for me... Come join in... Okay... Die Hüte... Die Hüte... Die Hüte... Komm mal mit... Ich... Ich... Ich kann den nicht schlagen... Ähm... Ich bin hier nicht der... Gerne der Spielverderber... Jo... Ich hab's gesehen... 16 Minuten vor Produktion... Wir müssen Gas geben... Oxford... Ich rede danach mit Oxford für Boxsport... Jo... Machste das... Gucken wir was abgeht... Und wir sehen uns in der nächsten Runde... Tschüssi... Und Tschüssi... Oxford wie Boxsport...